Heute möchte ich mir mit euch zusammen mal wieder ein Depot-Update von jemand anderem anschauen und ich habe mir gedacht, wie sieht es eigentlich bei Sven aus? Sven, dein Geld, deine Verantwortung, kennt wahrscheinlich der ein oder andere hier auf diesem Kanal noch. Wir haben früher mal zusammen gestreamt, wir haben Livestreams, wie gesagt, bei ihm gemacht, wir haben damals bei Twitch zusammen gestreamt und haben uns auch oft ausgetauscht. Ist ein bisschen inaktiv geworden der Sven, aber was er eiskalt macht, ist investieren und seine Pläne durchziehen und die Depot-Updates, die macht er immer noch auf YouTube. Und da gucken wir jetzt heute mal das letzte Depot-Update rein und ich bin gespannt, wie es bei ihm so ergangen ist. Ich habe jetzt die letzten Monate tatsächlich sein Depot-Update nicht verfolgt und deswegen ist das mal ganz spannend. Ist auch ein dividendenorientiertes Portfolio, deswegen ist das glaube ich auch eine ganz besonders spannende Sache. Wir gucken das jetzt einfach mal zusammen an. Lasst dem Video gerne einen Daumen um da, abonniert den Kanal und hier nochmal der Hinweis, schaut auf jeden Fall auf meinem Linktree vorbei. Dort gibt es wirklich teilweise saftige Bonis für euch, die ich für euch raushandeln konnte. Ich habe das für euch alles schön aufgelistet, egal ob Depot, Girokonto, Tagesgeld und so weiter. Ich habe da für euch eine richtig schöne, ordentliche Sammlung zusammengestellt. So, jetzt geht es aber direkt an den Bildschirm und wir gucken uns das Depot-Update vom lieben Sven mal an. So, da sind wir. Ich bin jetzt mal auf die linke Seite gegangen, weil standardmäßig der Sven immer rechts ist. Und natürlich erste Tat, das Video natürlich liken. Und dann legen wir direkt mal los, gucken uns das Video mal an und dann bin ich mal gespannt, was du da erwartet. Ich habe das Depot, wie gesagt, auch jetzt schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen und auch performance-mäßig, keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld. Was ich wohl immer mache, dann ist das auch ein bisschen besser, mit euch zusammen anzuschauen. Immer auf 1,25 schaue ich mir immer die Videos an und das merkt man aber gar nicht, dass das dann einfach ein bisschen flüssiger, ein bisschen fixer. Ja, wer weiß ja nicht, wer das ist mittlerweile heutzutage mit der Aufmerksamkeitsspanne, die ist nicht mehr so wie vorher. Mein Name ist Sven und wir schauen heute gemeinschaftlich auf das Depot-Update im Monat März 2024. Ich bin gespannt. Und würde ich sagen, gucken wir uns einmal die altbekannte Excel an. Da ist die altbekannte Excel, die kenne ich nämlich auch. Und guck mal hier, da hat er sich nämlich jedes Jahr, schreibt er sich Ziele auf. Ziele 24, Ziele, guck mal, jetzt muss ich mal eben rüber gehen, damit ihr das sehen könnt. Ich gehe mal eben so in die Mitte. Hier sieht man das hier unten so ein bisschen. Ziele 2019, 2021, 2021 sind komplett durchgeplant. Und hier sieht man auf jeden Fall, sagt er am Anfang des Jahres, wie viel möchte er investieren. Was soll auch an Dividenden rumkommen. Und das finde ich einfach cool, wenn man sich das mal so vor Augen führt und das Ganze dann irgendwie noch planbarer und noch strategischer angeht, als wenn man einfach sagt, irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt diesen Monat völlig aus der Luft gegriffen 25.000 oder 50.000 Euro investieren. Man kann es dann überhaupt gar nicht schaffen. Und hier setzt man sich quasi reelle Ziele, angepasste Ziele auf die aktuelle Lebenssituation, angepasste Ziele. Sven ist auf jeden Fall auch gut unterwegs, hat ein Depot von über 100.000, das weiß ich. Und hat auch schon Immobilie und von daher ist er auch gut unterwegs. Und das ist auf jeden Fall hier ein schönes, saftiges Depot, was auch auf Dividenden ausgerichtet ist. Aber jetzt labere ich dich so viel nicht. Wir gucken jetzt rein. Da sehen wir, wie viel habe ich diesen Monat investiert. Da gab es ja auch schon ein Video zu, das waren 392,50 Euro. Bedeutet bisher dieses Jahr habe ich in Aktien und ETFs investiert hier 1.193,19 Euro. Das ist dann jetzt knapp 20% von der Zielerreichung. Ich habe mir ja vorgenommen, 6.000 Euro zu investieren. Mal gucken, ob das klappt. Das hängt dann maßgeblich davon ab. Was der Oktober, November und auch im... Wäre natürlich übersichtlicher Sven, wenn du dieses Video siehst, wenn diese Felder dann auch leer wären. Das sieht nämlich so aus, wenn das schon alles hier das Jahr schon vorbei wäre. Aber das ist natürlich hier wahrscheinlich so, weil es Sparpläne sind. Und dass, wenn die Sparpläne nach Planen ausgeführt werden, er dann hier hinkommt. Und wenn er dann sagt, er möchte 600 Euro investieren, dann weiß er auf jeden Fall, oh, hier muss ich nochmal 1.300 Euro extra investieren. Denke ich mir mal, dass er das so vielleicht sich gedacht hat. Hier zum Beispiel im Januar waren es ja auch ein bisschen mehr. Dezember passiert. Dividenden gab es natürlich auch wieder. Das waren insgesamt 206,90 Euro. Wir gucken uns dann auch nochmal an, welche der Unternehmen da ausgeschüttet haben. Heißt, kumuliert bisher dieses Jahr erhalten 384,43 Euro, was 9% der Zielerreichung entsprechen. Und das ist tatsächlich ein ziemlich hoher Wert. Also ich habe in den letzten Jahren mal so ein bisschen durchgeflippt. Da sieht man hier im März, waren es hier damals 15% gewesen. Dann hatten wir hier mal 13%, dann hatten wir hier in 21%. Hier sieht man auch nochmal ganz kurz nochmal eben, hier hat er natürlich auch in den Jahren zuvor, hat er auch mal Jahre gehabt, wo er wesentlich mehr investiert hat. Also jetzt 2021, 2022, weiß ich noch ungefähr. Da waren es glaube ich auch so um die 20.000, weil da waren unsere Depots auch eigentlich immer gleich groß. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel hier rum hin und her switchen, sonst finde ich das nicht mehr gleich wieder. Auf jeden Fall hat er das immer so ein bisschen, das finde ich auch gut daran, dass das immer so ein bisschen angepasst ist eben, je nachdem, was halt gerade eben möglich ist oder was halt auch an anderen Sachen noch ansteht. Tolle, tolle Strategie. Das heißt, es ist relativ wenig, weil das Jahr ja noch lang ist und mit Fresenius natürlich da auch ein Unternehmen dabei ist, wo die Auszahlung, die nicht stattfindet, natürlich dann auch so ein Stück weit wehtut. Merkt man dann doch, wenn es mehr als 70 Euro sind. Dafür sind dann die Dividenden, die ich kriege. Ich habe mir ja für dieses Jahr vorgenommen, so um die 2.000 Euro zu kriegen. Das merkt man halt, wenn das dann fehlt. Und wir reden ja nicht über 10.000 Euro Dividenden, dann wird es nicht ganz so stark auffallen. Aber ja, man muss ja auch noch auf irgendetwas hinarbeiten. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal rüber zu Portfolio Performance. So sieht es aktuell aus. Microsoft nach wie vor die größte Position, gefolgt von Apple und dem S&P 500. Da muss ich mal gucken. Also hier, große Microsoft Position. Apple, das weiß ich noch. Okay, Microsoft auch. Ist natürlich sehr gut gelaufen auf jeden Fall. Dann auch natürlich große ETF Position. Ansonsten echt eigentlich sehr homogen, sehr, sehr diversiziert auf jeden Fall. Keine großen Ausreißer und auch keine, also die Sparpläne scheinen alle schon länger zu laufen auf jeden Fall. Kleine Roche Position, die hat es, glaube ich, auch älter. Jetzt muss ich mal gucken, findet man denn auch so Realty Income und sowas. WP Carry habe ich schon gefunden. Aber Realty Income jetzt auf den ersten Blick nicht. Aber jetzt gucken wir erstmal, was er dazu sagt. ETF, wir haben den MSCI World hier mit dabei mit 6,11%. Das ist vielleicht so ein bisschen, auf den ersten Blick jetzt vielleicht so ein bisschen verwirrend. Hey, wieso denn MSCI World und FTSE World? Ich denke aber, das liegt teilweise auch daran einfach, dass man hier auch mal, und das habe ich auch mal so gemacht. Ich habe auch mal angefangen mit einem MSCI World zum Beispiel. Und irgendwann denkt man halt, hey, vielleicht könnte auch ein anderer ETF besser sein oder so. Und dann ist es ja nicht unbedingt Pflicht zu sagen, hey, ich muss umschichten, ich muss jetzt verkaufen. Sondern man kann ja auch einfach nur aufhören, diesen ETF zu besparen und einfach dann neuen ETF besparen. Dann sieht das teilweise manchmal so ein bisschen vielleicht nach außen durcheinander aus oder als wenn man keine Strategie hätte oder so. Aber eben, das ist halt die Strategie, dass man eben ja auch in dem Sinne dann Steuern spart. Wenn du jetzt den ETF mit Gewinn verkaufst, um ihn umzuschichten, macht ja auch keinen Sinn. Sondern einfach nur das Ganze laufen lässt und nicht mehr den Sparplan ausführt, sondern einfach nur laufen lässt, den ETF an sich laufen lässt und einfach einen neuen ETF bespart. Ich finde das auch gut, dass hier größere ETF-Positionen drin sind. Könnten für meine Begriffe sogar noch ein bisschen größer sein. Und das sichert einen nochmal irgendwie einfach gegen sich selbst ab. Ich finde das gut, also wenn man da einfach so ein bisschen in Anlehnung einer Core-Satellite-Strategie quasi einen Kern hat, der einfach nur die Weltwirtschaft abbildet oder einfach nur der mit dem Markt mitschwimmt und dann noch seine eigenen Präferenzen hier mit reinbringt. Aber das ist auf jeden Fall auch absolut okay. Und der DAX, damit hat er ja früher mal angefangen. Den habe ich hier nicht mehr gefunden. Der ist nicht mehr da. Da sind ein paar interessante Aktien dabei, muss ich sagen. Jetzt zum Beispiel Waste-Management, so generell, die auch schon sehr lange bei mir auf der Watchlist sind oder Zoetis zum Beispiel auch. Und viele davon habe ich natürlich auch im Depot. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Depot. Ja, und Roche. Naja, wir haben jetzt hier und das ist auch mittlerweile das Schöne an der 3M. Macht aktuell zumindest, ja, glücklicherweise noch ein Prozent Portfoliowert aus, sind aber trotzdem ja mittlerweile knapp über 1100 Euro, die hier dann zusammenkommen. Ähm, da kriegen wir ja jetzt dann demnächst auch nochmal, ja, Aktien eingebucht, ähm, von der Abspaltung, die da stattgefunden hat. Ich werde diese sehr wahrscheinlich verkaufen. Da gibt es einen ganz tollen Blogbeitrag von Divantis, heißt die, glaube ich, die Webseite, die das alles nochmal so ein bisschen dargelegt hat. Also ich werde sehr wahrscheinlich hier dann die Anteile von der Abspaltung da verkaufen. Aber so sieht das Portfolio aktuell aus. Und wie viel fehlt mir hier beim S&P 500 noch? Naja, also... Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Portfolio gefällt. Ich finde das auf jeden Fall eigentlich sehr durchdacht. Also jetzt sind keine verrückten Sachen drin, halt sehr auf die Denten natürlich ausgerichtet. Trotzdem sieht man auf jeden Fall eine langfristige Strategie, glaube ich, weil es auch vor allen Dingen sehr homogen verteilt ist. Sehr interessant auf jeden Fall. Knapp 600 Euro, äh, 650 Euro, die ich noch brauche, um dann hier die Apple-Position zu überholen. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, ja, wie Apple jetzt weiter performt und wie der S&P 500 ETF weiter performt. Aber es könnte da vielleicht im Laufe des Jahres nochmal so einen kleinen, ja, Tausch hier geben. Oder da könnte da stattfinden. Was euch wie immer interessiert, wie sieht es denn aus, ne, Gesamtportfolio aktuell hier bei, äh, äh, bei plus 4,8 Prozent. Im April sind es jetzt hier minus 1,6 Prozent. Wir gucken aber erstmal nur auf den letzten Monat. Und da war es positiv mit plus 0,7 Prozent. Äh, das Portfolio hat abgeschlossen hier bei 113.503. Hört sich, sieht jetzt vielleicht erstmal ein bisschen wenig aus. Aber wie gesagt, Dividendenaktien haben es ja, habe ich auch schon selber in meinem Dividenden-Dipot-Update gesagt, haben es ja nicht so leicht aktuell. Ist einfach ein Umfeld, äh, wo natürlich jetzt im Moment Tech und so weiter alles, was so ein bisschen, äh, nach vorne geht, wo die Renditen auch dementsprechend vielversprechender sind. Das geht irgendwann so ein bisschen nach oben. Und diese, ich sag mal, langweiligen Dividendenaktien, die haben es aktuell so ein bisschen schwer, weil es natürlich auch in dem Zimts-Umfeld einfach auch andere Möglichkeiten gibt, vielleicht auch hier und da seine jährlichen Renditen abzugreifen in dem Bereich. Und, ähm, wird auf jeden Fall wieder kommen. Ich glaube, das ist eine Zeit, wo man sich langfristig gesehen, äh, schöne Dividendenaktien, wo die Bewertungen jetzt echt interessant sind, äh, anschauen kann, ins Depot legen kann. Meine Watchlist ist so voll wie nie und, ähm, da sind auch noch nie so viele Dividendenaktien drin gewesen wie zuletzt. Und von daher ist es auch, äh, glaube ich, hier jetzt absolut kein Beinbruch. Und wie gesagt, nur 4,8 Prozent. Also das ist ja trotzdem eine richtig gute Performance, muss man sich mal vorstellen. Wir haben jetzt auch erst ein Quartal vorbei. Also ist ja auch alles Klagen auf hohem Niveau. Absolut, äh, ähm, trotzdem natürlich 4,8 Prozent kann man für ein Vierteljahr super mit zufrieden sein. 21 Euro, was waren da die Top-Wertpapiere? Ganz oben, Jungheinrich und Disney, Jungheinrich plus 18 Prozent, Disney plus 10, Zack, Immobilien plus 10. Die Allianz, auch Bären stark bisher dieses Jahr, plus 9,43, Shell mit dabei, Church & White, SAP, also viel Grün, aber auch einige Kandidaten, die leider nicht so Grün waren in diesem Monat. Da gehört unter anderem dazu, die zu Ethics, ähm, Nike, Panorica, Apple, Union Pacific, Fresenius, die ETFs, da gab's, äh, glaube ich, eine Korrektur. Die sind dann ja sprunghaft angestiegen Ende letzten Monats und dann wieder runtergefallen. Also von daher in der Gesamtbetrachtung macht das dann keinen Unterschied, aber da gab's irgendeinen, ja, Buchungsfehler. Es ist, wie es ist, aber es gibt, da wo Licht ist, ist wie immer hier, ja, dementsprechend auch Schatten. So, wir können nochmal auf das gesamte Jahr gehen. Da jetzt, wie gesagt, der April nicht ganz so gut. Und da die einzelnen Wertpapiere, ja, unten mit dabei, eine Panorica mit minus 11 Prozent, natürlich nicht ganz unten, da ist die Nike mit minus 15, die 3M minus 14, Roche minus 13, WP Carry minus 13, Zoetis minus 11, also echt einiges Negative. Und was bei mir natürlich reinhaut, äh, ist die Apple-Positive. Apple, ja, die ist groß, ja. Wenn du da einen Minus hast von 10,59 Prozent, dann macht sich das dementsprechend, ja. In der Gesamtperformance bemerkbar, man muss ja trotzdem fairerweise sagen, Apple und Microsoft. Microsoft steht irgendwie fast am anderen oberen Ende, ne, da ist ganz oben Disney, SAP Waste Management und dann kommt schon die Microsoft. Ja, das waren die zwei. Das sieht man auch hier schon ganz gut, wenn man hier mal guckt, also jetzt hier in der absoluten Performance, dass natürlich die Gewichtung hier im Depot bei Apple viel größer ist. Hier sieht man zum Beispiel Apple minus 10 Prozent, minus 10,6 Prozent, genau wie Fresenius. Und bei Fresenius ist es nur minus 260 Euro und bei Apple schon fast 1.000 Euro minus. Genau das Gleiche hier bei Microsoft, Waste Management plus 260 Euro hier und Microsoft plus 1.400 Euro. Also dann sieht man auf jeden Fall, dass das schon dicke Brocken im Depot sind. Die Daten, die nicht nur den S&P 500 in den letzten Jahren ganz gut getragen haben, sondern auch mein Portfolio. Und wenn da die Apple jetzt so ein bisschen schwächelt aktuell, was die Kursperformance betrifft, klar, macht sich dementsprechend bemerkbar ein absolutes Minus hier von 920 Euro. Aber auch das, ja, gehört einfach so ein Stück weit mit dazu. Oh, jetzt wird es spannend. Einmal hier auf die Zahlungen drauf geguckt, welche Unternehmen haben wir mehr. Hier, da sieht man es nochmal 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, in der sieben Jahre, wenn ich mich nicht verrechnen würde, da habe ich jetzt schon Dividenden-Historie. Von 3,10 Euro angefangen bis hoch auf 206 Euro jetzt nur in dem einen Monat, welchen der jetzt auf hat, das ist schon spannend. Das ist ausgeschüttet, da ist die 3M mit dabei gewesen mit 15,79 Euro. Church & Drive mit 7,81 Euro. Der S&P 500 ETF mit 20,91 Euro. Johnson & Johnson mit 27,56 Euro. Microsoft mit 16,06 Euro. Die Roche war wieder mit dabei mit 11,82 Euro. Shell mit 43,75 Euro. Der stärkste Auszahler in dem Monat hat jetzt mittlerweile hier auch die Unilever überholt. Die liegt bei 41,10 Euro. Der Vanguard FTC Allworld mit 11,56 Euro noch dabei gewesen, genauso wie... Das ist eigentlich so ein bisschen... Guck mal, wir sehen uns gar nicht so unterschiedlich, Sven. Ich habe ja auch erst... Also ich glaube, Sven hat sogar mit DAX angefangen, aber er hat dann Einzelaktien gewählt und hat jetzt, man sieht es hier so ganz gut in dieser Dividenden-Sicht, hat dann auch verspätet erst 2022 angefangen mit dem S&P 500 und dann hier mit dem Vanguard FTC Allworld in 2023 erst angefangen. Und das ist auch so die Strategie, so vielleicht ansatzweise so, wie ich die auch im Kopf habe, dass es einfach trotz aller Leidenschaft, trotz aller Liebe an Einzelaktien ist, auch wichtig ist, dass man sein Depot mit ETFs bestückt, die einfach so die Marktrendite mitnehmen und wo man einfach sich so selber ein bisschen gegen sich selber absichert findet. Also wenn man das so sagen kann und da einfach die Marktrendite mitnimmt, weil MSCI World, FTC Allworld, das sind verdammt gute ETFs. Die muss man erstmal auf Sicht von 5, von 10, von 20 Jahren schlagen und das sind eben so Sachen, wenn auch mal die Lebensumstände sich ändern, wenn man andere Sachen im Kopf haben muss, teilweise auch. Ja, bei mir, Stichwort Kinder, Umzug, Haus, vielleicht Immobilien irgendwann kaufen und so. Das sind dann Sachen, wo man dann vielleicht auch mal mit so einem Depot, wo auch der ein oder andere ETF drin ist, dann einfach so ein bisschen ruhiger schlafen kann und deswegen ist das, glaube ich, eine schöne Sache. Visa mit 5,86 Euro und eben zu ETH mit 4,68. Waste Management war in dem Monat, ja, zu spät. Da, die wird jetzt dann hier im April reinlaufen, aber auch da bisher zumindest. Januar war stärker, Februar war stärker, März war auch stärker. April gucken wir mal, wie es da im Verhältnis zum Vorjahr dann ausschaut. Aber Mai wird immer stärker sein. Allianz und so. Wir haben zwar hier die Dividendenerhöhung von der Allianz. Wir haben bei Jungheinrich eine Dividendenerhöhung mit drin, aber 77,45 Euro, die da letztes Jahr geflossen sind, von der Fresenius fehlen und die werde ich nicht auch anders, weil ich kompensieren können, wenn ich jetzt Investitionssummen gehabt hätte, wie vor zwei oder drei Jahren, dann hätte man gesagt, vielleicht kommt man doch noch irgendwie hin, wenn man nochmal zwei, drei Monate irgendwie 2.000, 3.000 Euro reingebuttert hätte. Das ist aktuell so nicht möglich und mit den derzeitigen Investitionssummen ist das definitiv dann so. Und es geht ja auch am Ende nicht darum, ja wann ist der Ausschüttungszeitpunkt, dass das dann perfekt da passt und dass das unbedingt immer über dem Vorjahr sein muss. Nö, das sieht man ja hier auch in der Betrachtungsweise. Es gibt einige Monate, wo es dann Verschiebungen gab. Es gibt so Paradebeispiel hier. Der März sieht bilderbuchmäßig aus. Der Mai bis dato zumindest auch. Der September hatte hier damals auch immer einen Knicks drin. Also es ist doch durchaus immer mal wieder unterschiedlich, weil auch damals durch die Corona-Pandemie auch Hauptversammlung verschoben worden sind. ETFs haben andere Ausschüttungszeitpunkte gekriegt hier und bei mir im Depot. Also von daher wichtig ist für mich der hier. Ja, also das heißt, die... Da sieht natürlich Traum oft aus. Bilderbuch. Das ist jetzt noch nicht ganz entscheidend, ja, aber ist dann schön zu sehen. Das Q1 hier, und das ist ja der Abschluss des ersten Quartals, sehr, sehr gut gewesen. Letztes Jahr 275 Euro, was eine enorme Steigerung zu den 209 Euro aus 22 gewesen ist. Und jetzt noch mal knapp 100 Euro, sogar ein bisschen mehr draufgelegt. Achtung, Achtung, wenn man hier die einzelnen Titel... Ich finde sowas richtig geil. Guckt euch mal Microsoft zum Beispiel an. 1,19 Euro, 3,86 Euro, 7,10 Euro, 9,19 Euro, 12,19 Euro, 15 Euro, fast 16 Euro. So ist das doch schön, oder? Und dann kommt noch irgendwann, natürlich ist diese Position immer so groß, dass natürlich dann auch neue Investitionen sich nicht mehr so bemerkbar machen. Und dann sieht man die jährliche Dividendensteigerung. Das ist einfach, ich finde das einfach eine schöne Ansicht. Also, da könnte ich tausend Jahre angucken, sowas. Wenn man sich mal anschaut und durchgeht, wird man sehr stark feststellen. Die Costco hat es natürlich rausgeholt mit 57 Euro. Da gab es eine Einmalausschüttung. Das hatten die der Vergangenheit schon öfter mal. Aber die fehlen mir dann nächstes Jahr wieder. Egal, ich freue mich trotzdem, dass es da hin und wieder Sonderausschüttungen gibt, was auch schön ist. Der S&P 500 ETF hier ordentlich mit zugewinnen. Johnson & Johnson war ja auch stärker als im Vorjahr. Der Vanguard FTSE World auch, aber der Großteil kommt eben dann doch einfach. Ja, aus dieser Einmalausschüttung. Q2 wird spannend. Mal gucken, ob es da am Ende reicht. Da habe ich ja letztes Jahr gekriegt 653 Euro und 53 Cent. Da fehlen ja jetzt ein paar Sachen. Dafür sind ja auch andere Dinge weiter bespart worden. Allianz hat auch eine Dividendenerhöhung. So wie ein paar andere Titel auch. Also mal gucken, ob es vielleicht reicht. Und letztes Jahr war es ja schon ein Kopf-und-Kopf-Rennen hier. Mit 646 Euro dann zu den 653. Und das Jahr davor war die Tank-Immobilien noch mit dabei. Die habe ich auf dem Weg an den Ausschüttern verloren. Die setzen ja auch, haben letztes Jahr ausgesetzt und setzen auch dieses Jahr aus. Die 70 Euro waren weg und ich habe es trotzdem geschafft, einen draufzusetzen. Dieses Jahr fällt dann auch noch die Fresenius weg. Naja, wir gucken uns das mal an, ob das im Q2 reicht oder nicht reicht. Ist am Ende auch nicht komplett und gänzlich entscheidend. Auch eine Richtigkeit. In der Jahressicht, das entwickelt sich alles. Kann sein Linear in eine schöne Richtung. Und wir sind auch bald hier, wenn man sich das anschaut, ja mit 384 Euro hier dann auch fast am Gesamtjahr. Sorry, ich korrigiere mich, wir sind schon über dem Gesamtjahr 2019 in Q1. Also auch das sind Dinge, die mich persönlich sehr, sehr positiv stimmen. Wir können doch mal in die Branchen reingucken. Nach wie vor Konsumgüter bei mir sehr, sehr groß. Genauso wie Chemie, Pharma und hier dann der Software. Auch schön, schön verteilt. Der Finanzsektor ist auch mittlerweile nur 10%. Das ist jetzt vor allem hier auch getrieben durch die ETFs und durch eine durchaus solide Performance. Hat der auch die ganzen ETFs auch einzeln eingetragen. Kannst du ja bei Portfolio Performance machen. Richtig kleiner Streber. Ja, das ist natürlich eine coole Sache. Hat natürlich den Mehrwert, dass man hier in der Ansicht dann auch wirklich sieht, hey, wie viel Finanzsektor steckt im S&P 500, im MSCI World und so weiter. Hier sieht man das so ein bisschen. Die ETFs sind immer so ein bisschen hier unten mit dabei. Aber es ist natürlich eine schöne Gesamtinformation, weil das ja, wie gesagt, der MSCI World steckt ja auch, da steckt ja auch Microsoft drin, da steckt ja auch Apple drin und so. Und dann kann man das zumindest so, was die Sektoren betrifft, hier so ein bisschen, ja, sehen, was so im Depot abgeht. Performance, wir können nochmal hier reinschauen. Ja, plus 10%, knapp 11% von der Allianz dieses Jahr. Das macht sich da bei den Anteilen stark dieses Jahr entsprechend auch bemerkbar. Bei Wertpapierart nach wie vor die Einzelaktien, die größten oder die größte Gewichtung und dann die ETFs hier, ja, mit um die 23%. Wir können auch nochmal auf die Region hier reinschauen. Amerika mit, ja, knapp 60%. Europa haben wir irgendwie knapp über 30%. Und dann haben wir noch Asien, ja, mit um die 3% Gewichtung. Ist auch für mich nach wie vor in Ordnung ganz interessant. Mittlerweile schon hier an, ja, 4,48% Gewichtung hat die Schweiz. Und Deutschland ist zwar immer noch bei 13,32%, aber ist nach wie vor rückläufig. Das ist es. Ja, also, Deutschland ist bei mir, glaube ich, auf jeden Fall größer. Muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, diese Ansicht habe ich bei mir gar nicht gepflegt. Das muss ich nochmal nachpflegen. Ansonsten gehen wir mal auf die letzten Worte. Er hat noch 20 Sekunden. Positives Aktienjahr plus 4,8%, die ich hier habe. Auch wenn der April jetzt ein bisschen schlechter ausschaut, aber es sind ja auch erst ein paar Tage im April rum. Mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. So, tolles Video, muss ich sagen. Sven, schöne Grüße. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder ein gemeinschaftliches Video aufnehmen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt. Und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Nicht nur diesem, sondern auch Svens Video. Der Kanal ist auf jeden Fall verlinkt in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.